Frank Michelon für TIFO Rheintal. Ich bin heute Abend in Rheineck bei der Werkstatt von Kunst, Design und Restaurierung von Ottmar Spirik und neben mir habe ich den Kuspi. Ich größe dich. Hallo, freut mich. Du hast heute Abend dein Vernissage. Finissage. Der letzte Abend ist heute bei meiner Ausstellung. Okay, die Ausstellung heißt Tote Herrsch. Ist das politisch korrekt ausgedrückt? Tote Herrsch weinen nicht. Tote Herrsch weinen nicht, das stimmt auch. Kuspi, als Künstler, du bist ein bekannter Name in Rheintal. Die erste Frage, die ich gerne stellen würde, wie ist das zu Kunst gekommen? Wie hat das alles angefangen? Oh, das ist ein langer Weg. Ich mache schon über 30 Jahre Kunst und angefangen hat es eigentlich mit Mithilfe bei Ausstellungen und nachher habe ich selber eine große Ausstellung, die Rheinart 97, inszeniert am Rhein bei uns zwischen Wiednau und Lustenau. Und nachher hat es mich so richtig reingezogen. Was Kunst angeht, bist du sehr vielseitig? Machst du Malerei? Machst du Bildauerei? Und als welche Art von Künstler wirst du dich selber bezeichnen? Als Künstler in allen Gassen. Also ich mache Skulpturen, Installationen, Aktionen. Eigentlich sehr vielfältige Kunst. Ich möchte mich auch nicht festfahren. Ich möchte lieber sein, machen, tun, was ich will. Also ein richtiger Künstler zu sein, Endeffekt. Richtig Freude haben dran. Die Freude ist wichtig und das machen, was mir gefällt. Die ganzen Kunstwerke, die hier herausgestellt sind, sind alles von dir, oder? Ja, das ist alles von mir, ja. Ich habe noch mehr zu Hause. Ja, das kann ich mich gut vorstellen. Ihr werdet sowieso bei der Sequenz, die ich gefilmt habe, die ganzen Werk von Kuspi zu sehen. Ich habe selber dein Werk beobachtet. Wir haben uns damals bei der Kunstmesse kennengelernt. Das war auch sehr interessant. Es gibt dafür auch einen Bericht, den ihr auf YouTube sehen könnt. Sehr schön, das war ein sehr angenehmer Tag. Würdest du dich selber als Provokator bezeichnen, in der Nacht und was Kunst zu machen? Provokation ist schön, wenn man das herbringt. Aber manchmal ist es auch anstrengend, wenn man Leute provoziert, weil da gibt es böse Anrufe und böse Briefe. Aber mit dem muss man leben. Ich möchte ja die Leute herausfordern mit meinen Arbeiten und das macht eigentlich Freude. Also künstlerisch herausfordern, in der Tatsache, dass man von der Kreativität ein bisschen die Leute herausfordern, oder? Ja, oder von der Aussage her. Die Aussage ist mir sehr wichtig. Meine Kunstwerke sagen immer etwas aus. Und ich möchte aber das nicht beschreiben unbedingt, sondern jeder macht sich ein Bild davon. Und jeder kann auch urteilen, ob negativ oder positiv. Ich liebe die Kritik. Es gibt immer etwas, was der Künstler fühlt. Aber das ist immer sehr wichtig, dass die Kunstwerke auch von den Betrachtern immer interpretieren werden. Was ist deine Ansicht, was diesen Punkt angeht? Ja, das ist sehr wichtig für mich. Wenn ich Kritik kriege, weiß ich, habe ich etwas ausgelöst bei diesem Menschen. Und das finde ich eigentlich schön, ob positiv oder negativ. Das soll so sein. Aber wenn man ein Bild da hängt und keiner schaut es an oder kritisiert, das ist für mich langweilig. Ja, eigentlich, das ist Kunst. Also konstruktive Kritik, das ist positiv oder negativ im Endeffekt. Was sind deine Vorrat für 2024? Hast du noch solche Kunstaufstellungen, die vorbereitet sind, außer zum Beispiel die Kunstmesse, die wahrscheinlich öffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden wird? Aber gibt es noch andere Projekte für 2024? Ja, es gibt noch andere Projekte, aber ich verrate nicht gerne alles schon früh zu früh. Aber fix ist die Open Art 2024 in Rovaredo in Graubünden. Da bin ich jedes Jahr anzutreffen und eventuell in Bregaglia. Aber dieser Wettbewerb läuft noch, da habe ich mich beworben. Das wäre in Gondo, da wo der Bergsturz war. Aber da kriege ich erst Bescheid. Und sonst möchte ich noch nichts verraten. Das ist Überraschung, das ist immer am besten. Bist du mit dem Ergebnis von der Finisage von heute Abend zufrieden? Ich habe schon gesehen, es sind schon einige Gerste gekommen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich habe viele Gesichter, die ich nicht gekannt habe, sind hier gewesen. Und einige, viele Bekannte auch. Ich habe auch was verkauft schon. Also, für mich stimmt es. Als ich gekommen bin, hat mir die Freude gemacht, ein bestimmtes Handyvideo zu zeigen von Cuspi. Das wollen wir mit der Redaktion klären, ob das gezeigt wird sein könnte, was die Thematik Provokation in den Kunstbereich ist. Ich habe das eigenartig gefunden. Ich habe das richtig cool gefunden, ob die Redaktion das erlaubt. Das ist eine andere Sache. Ich hoffe, ihr seid so offen, liebe Redaktion. Ja, das hoffe ich auch, weil das war im Endeffekt ganz nett. Das war richtig cool. Cuspi, ich danke dir. Ich wünsche noch einen langen Abend und vielleicht sind wir uns bei der nächsten Kunstausstellung. Okay, danke schön. Danke dir, super. 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 Super.